Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Cause 3. Und heute machen wir was ganz spaßiges. Wir steigen in ein Helikopter. Und zwar, ja, in einen wahnsinnigen Helikopter. Ne, zumindest heißt die Aufgabe so. Wir schauen einfach mal, wie das Ganze so sein wird. Ist das erste Mal, dass ich in einen Kampfhelikopter steigen werde. Und ich erwarte mir da viel Spaß, viel Explosion und viel Bum-Bum. So, ansonsten gibt es... Jawohl, genau, hurra. Ansonsten gibt es in dieser Folge wieder einen 5-Euro-Gutschein für Kinguin zu gewinnen. Also, falls ihr euch auch irgendwas dort kaufen wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar. Und unter allen Kommentaren verlose ich dann diesen Gutschein. Im Wert von 5 Euro für Kinguin. Unten in der Beschreibung ist der Link zum Shop auch. Das nur vielleicht kurz nebenbei. Okay. So, mal gucken, was es da gibt mit Helikopter-Wahnsinn. Da kann man wohl Chaos aufbauen oder so. Naja. 1 Minute 30 haben wir nur Zeit. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen wenig. Würde ich mir mehr wünschen. Aber naja, man kann ja immer noch drauf aufbauen. Wir haben nur Miniguns. Boah. Wo muss ich denn überhaupt hin? Zeig mal. Wo muss ich denn hin? Was soll ich denn kaputt machen? Fängt das an, sobald ich was kaputt mache? Oder wie sehe ich das? Schnappt der Inkampf und mache, wie ist die Elektra dem Erdbogen gleich? Okay. Wie ist die Elektra? Alles klar. Warte, ich begebe mich erstmal in einer guten Position. Ich nehme an, sobald ich anfange zu schießen, geht die Party los hier. Bleib in der Militärbasis. Na gut. So, einmal mal rumgeballert. Da hinten noch mehr. Ja, komm, 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 komm. Ich treffe irgendwie die blöden Tanks da drinnen nicht. Na, finally. Ja, weiter, weiter, weiter. Ich kann ja die ganze Zeit schießen, deswegen schieße ich einfach freundlich und fröhlich weiter. Da unten haben wir noch diese komischen, ihr wisst schon, Turbinen. Wo sind denn diese komischen, äh, Energiedinger gewesen? Hier. Das habe ich gesucht. Rum. Jawohl, jawohl, jawohl. Und da ist noch was. Ja, ja. Mal acht. Turbine und noch eine Turbine. Jawohl. Naja, vier von irgendwas. Kommen wir noch nicht vorbei? Warum auch immer ich noch schießen kann. Irgendwas. War jetzt noch Objekt-Tasche rein. Naja, gut. Vier Punkte von fünf. Glasgranaten? Was für bekloppte Sachen gibt es hier? Nächste Freistattung. Mehr Granaten eins. Und. Naja, immerhin. 28.100. Hätte noch ein bisschen was gefehlt. Okay, mit ein bisschen mehr Vorbereitung hätte man das vielleicht noch ein bisschen besser umsetzen können. Aber ich bin damit jetzt erstmal zufrieden. Vier von fünf Punkte. Das ist doch schon mal okay. Schauen wir mal. Hier kann ich Mods freischalten. Glasgranaten. Oh. Das wollte ich nicht. Egal. Mhm. Glasgranaten explodieren, sobald sie irgendwas treffen. Finde ich aber im Prinzip gar nicht schlecht. Was haben wir denn noch? Haben wir noch eine andere Mod? Das sind übrigens Mods, die irgendwas Bestimmtes verbessern. Nitroschub. Ich weiß, dass es auch irgendwie eine Zielmod gibt. Hier, präzises Zielen. Man braucht dafür Zahnräder. Ah, und Zahnräder kriegt man durch die Mission. Ich verstehe. Ich verstehe. Schauen wir nochmal, was die Karte so sagt. Rebellenabwurf. Ich kann mir auch irgendwas Neues hier abwerfen lassen. Ein Helikopter. Und das ist der Urga-Postolka. Okay. Ich habe... Habe ich irgendeine Mission gerade? Ein Kontrollturm. Ich habe hier unten ein Rennen. Was ist das hier? Uninteressant. Was ist das hier? Vorposten befreit. Habe ich irgendwo eine Aufgabe? Was ist das? Eine schreckliche Aktion. Rico wird vom Volk geliebt und die Rebellologe hasst. Der Diktator lässt seine Wut an Costa de Portos. Raus und will dann der Engelser bestätigen. Rico und Marco eine nach Costa de Porto, um die Rebellos-Massaker zu verhindern. Na gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Muss ich da einen Wegpunkt setzen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da am schnellsten hinkomme. Mit einem Helikopter vielleicht. Das wäre doch mal eine Idee. Da könnte man mal einen Helikopter praktischerweise benutzen. Was kostet das eigentlich immer, dieser Rebellenabwurf? Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. So, Fahrzeug, Helikopter. Wir nehmen mal den kleinen. So. Und ich hätte ganz gern... Ich kann mir noch nicht mal Raketenwerfer holen. Das ist doch total traurig. Was ist das denn für ein geiles Teil? Eine Hydra. Aha. Aber ich kann mir vielleicht mal eine schönere Waffe holen. Die finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Schaden, Kapazität, Missfortune, Kadenz. Warte mal, die hier. So, und doppelt geführt nehme ich zwei von den Dingern hier. So. Anfordern. Hier. Der hat geschrieben. Das sieht schon schick aus, ne? Die Karte hier. Oh, hallo. Yay, Konfetti. Konfetti. Yay, äh, Verpackungsmaterial, was irgendwie durch die Gegend blustert. Ähm, so. Das hätte ich ganz gerne. Ja, ge... Nein. Hallo. Das hier bitte. Und dann hätte ich ganz gerne die andere Pistole. Hier. Nimm ich die. Super. Und dann steigen wir mal ins Fahrzeug. Yay. Zwei Kilometer entfernt. Oh, das war knapp. Zwei Kilometer entfernt. Na gut. Oh, das geht aber fix mit dem Helikopter. Der ist schnell. Der ist echt schnell. Da ist ja... Da ist ja eine hübsche Brücke. Eine hübsche Basis. Lakos. Wahrscheinlich noch nicht. Die Provinz haben wir noch nicht befreit. Lakos. Ich muss mir einfach auch mal ab und zu umschauen. Wie die Geschwindigkeit auf einmal steigt, wenn man so seitlich fliegt, ne? Warum ist das so? Ah, so, wenn ich so fliege. Achso, weil ich dann in der Kurve fliege. Natürlich. Und wenn ich so fliege, wird die Geschwindigkeit dann auch schneller? Oh, so kann man ja cheaten, wa? Rein theoretisch müsste man so schneller sein. Naja, egal. Okay. Ich will genau dort abspringen. Deswegen machen wir das mal. Nein, wir landen natürlich genügsam. Ups. So war das jetzt natürlich nicht geplant, aber... Soll ich die Provinz dann noch befreien, bevor wir die Mission machen? Das wird doch eigentlich noch eine Idee. Guck mal. Das machen wir mal. Ich mach das davor. Wir, wir, wir befreien mal Costa del Porto davor. So. Hui. Hui. Nein! Ich wollte nochmal landen. Hoppala. Das war eigentlich nicht so geplant. Ach, die hatten Feuerstoßmodus. Oh. Was are you gonna do? What are you gonna do, when I come for you? Oh Gott, hier ist halt schlecht. Das ist ja cool. Ähm, Burst-Modus finde ich praktisch. Na komm, ja. Ich bin sterben. Oh, ich nehm mir ein Granatenwerfer. Ja, aber erstmal... Oh, geil. Oh, Max. Durchhalten-Bodenteam. Okay. Wo fliegen wir denn mal hin? Da nach oben. Das ist doch mal... Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Eine kleine... Eine kleine, äh, äh, ne? Das ist ein Panzer. Ich will den Panzer haben. Hi. Dich wird niemand vermissen. Und wo schießt denn der? Na ja, okay. Ach, der ist kaputt, der Panzer. Hm. Na komm her. Die sind auch geil. Ah, es macht so Spaß. Das ist so cool. So. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt noch irgendwas zerstören muss hier. Okay. Schauen wir nochmal. Oh, da ist eine Statue. Sichtkontakt verloren. Aha. Also ich muss sagen, die Glasgranaten-Mont, die gefällt mir schon mal sehr gut. Äh, ich finde das nämlich sehr präzise, wenn man mit dem Auftreffen der Granate direkt dann das ganze Teil auftrifft. Schalala. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich will euch gar nichts tun. Was muss ich denn jetzt noch, ähm, Propagandaplakate? Diese Polizeistation, die Polizeistation habe ich noch nicht. Ich dachte, das wäre die hier. Ah, warte mal, da hinten ist auf jeden Fall ein Propagandaplakat irgendwo. Oh, das sieht so cool aus. Ich muss schon sagen, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Das sieht echt genial aus. Das Ganze. Die ganze Map. Warum antwortet niemand? So, das haben wir auch. Da hinten ist noch ein Propagandaturm. Ja, so weit kann ich nicht schießen. Ich schwebe hier einfach durch die Welt. Ja, aber mein Workflow, äh, die Städte zu befreien, ist doch besser geworden, oder nicht? Ja, das war jetzt nicht so gut. Weil ich irgendwo festhänge. Ah, ah, was ist denn mit euch los, ey? So, warte mal, hier muss irgendwo noch ein Propagandaplakat sein. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Propagandaplakat. Eins haben wir noch, ne? Ne, zwei. Ich stehe hier direkt. Da ist es. Haha. So. Die Ravello. Tschüss. Zack. Noch einmal hoch. Und da ist noch eins. Sehr gut. Wo ist die Polizeistation jetzt? Ist es da oben? Ne. Ist der vorposten. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn zu schnell. Die Polizeistation, da waren wir doch schon. Das ist doch die hier. Muss ich vielleicht noch irgendwas dort machen? Lass mal schauen. Ach, guck mal da. Ich muss wahrscheinlich noch den zweiten Hebel drücken, damit wir noch mehr Rebellen hier reinkriegen. Hervorragend. Zurück zur Tagesordnung. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Ja. Schön. Achso, ich muss die Flagge noch hüssen. Die Flagge müssen wir 44 Meter hier hinten hüssen. Upsi. Und dann hüssen wir mal die Flagge. Befreit. Befreit. Das Dorf gehört uns. Die Garage. Eins von sechs Ansehnungen befreit. Sehr schön. Oh Gott, darf ich mir den Bus ausleihen? Oh, ich will den Bus haben. Hey, das ist mein Auto. Ja, ja, ist okay. So. Muss ich den jetzt erstmal zur Garage bringen, oder? Obala. Wo ist denn die Garage hier? Da ist die Garage. Ich will den zur Garage bringen. Wenn Sie mit Ihrem Besuch von Costa del Porto bis zum Abzug der DRM warten wollten, haben Sie Glück. Rico Rodriguez hat die Truppen des Generals aus der Stadt gejagt. Rot-Weißer Partybus. Schalala. Rot-Weißer Party. So. Wir bringen den mal hin. Mal gucken, ob man dadurch irgendwas freischaltet. Also nach seiner Aussage muss das ja so sein. 63 Autos. Draht. Weltbus. Ab jetzt. Können wir es dir liefern. Okay. Ich will den Bus zwar nicht, aber... Gibt es hier irgendwas Cooles? Guck mal hier, der hat das Motorrad. Das Motorrad ist cool, das nehme ich. So. Oh, da kann man sogar... Sag mal, jetzt lassen wir mal hier. Das lässt sich aber merkwürdig. Das läuft gut aus. Sag uns wohin und wir liefern es dir, wann immer du es brauchst, Rico. So, mal ein bisschen Platz da machen. Haben die für jedes Fahrzeug so ein komisches Video gemacht? Oh, was ist denn das für ein schickes Auto? Oh, was ist denn das? Oh, das hat Power, das Teil hier. Wie sieht denn das kaputte Motorrad aus, bitte? Stria Gepardo 3. Schön. Aber bisher noch kein... Bisher noch kein Fiat. Ach, scheiße, das wollte ich nicht. Ich muss ja Rechtsklick drücken, wenn er loslassen soll. So. Nee, doch nicht. Jetzt muss ich ihn drücken. V. V. Nee, das ist aber ein großer Turm. Na gut, aber ich würde sagen, an der Stelle... Oh, das sieht aber auch cool aus. Was ist denn das? Das ist aber nicht der Außenposten, oder? Der Außenposten ist das hier. Können wir gleich mal ausprobieren. Wir machen mal noch kurz den Außenposten. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Kein Problem. So. Einfach, because we can. Das ist, ähm, mega uncool. So, das fehlt noch. Was fehlt noch? Du? Ich hab leider keine Granaten mehr. Was meinst du jetzt? Hm, 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 hm. Da haben wir Waffen. Guck mal. Ist ja praktisch. Suche abbrechen. Zurück auf eure Posten. So. Dann kann ich auch, äh... Bisschen nachladen und... Wow. Kommuniziert jetzt mal. Wow. Okay. Nö, der ist gespawnt. Oh, wie traurig ist das denn? Und plötzlich ist alles wieder ganz und sauber. Ihr könnt aber schnell wieder aufbauen. Ich brauch noch mal Munition, bitte. Danke. Also mal, wer stöhnt denn hier die ganze verkackte Zeit? Was ist denn mit dir los? Die Rumsitzerei macht mich... Die rennt hier schon die ganze Zeit rum, oder? Alles okay bei dir? Jetzt ist sie wieder ganz normal und pflückt Blumen. Hallo? Hm. Naja, gut. Dann gehen wir noch mal hier kurz hin. Und, äh... Punktlandung. Punktlandung. Hm. Ich wollte hier rauf. Genau. So. Ja, mit dieser Aussicht würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir doch ein Däumchen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es da heißt, Just Cause 3. Wir jagen irgendwas in die Luft. Bis dann. Euer Rio. Tschüss. Ich möchte nicht быть schön. Wir jagen. Wir jagen, wenn ich mich nicht weinig.